Ja, wir sind jetzt hier am Tantebad angekommen, weil wir heute ein letztes Mal zum Schwimmen gehen, weil ab Montagabend wird das Tantebad angeblich nicht mehr geheizt. Und jetzt gehe ich noch mal rein, schwimme noch ein bisschen. Ich frage dann vielleicht noch ein paar Mitarbeiter, ob das wirklich so ist, aber dann gibt es halt einfach kein warmes Wasser mehr. Wir schauen jetzt ins Tantebad rein und fragt einmal, was Sache ist. Was macht ihr hier? Hallo? Ich will gerade ins Tantebad gehen. Was macht ihr hier? Ja, wir stehen hier und sagen den Leuten Bescheid, dass das Winterfreibad ja nicht geöffnet wird und wir gerne möchten, dass es geöffnet wird und dass man an die SWM sich wenden kann, um mal was zu schreiben. Aber die sagen doch, dass alles zu teuer ist, die können sich das nicht mehr leisten. Ja, das stellen wir eben in Frage und wir als Schwimmer haben nur eine kleine Lobby. Aber das Tantebad wird doch nicht mit Strom betrieben, oder? Ja, soweit meine Information ist, mit Geothermie und mit Abwärme des SWM-Werks wird es betrieben, man braucht ein bisschen Strom für ringsherum, für die Lichter und so weiter. Geht ja auch um die Mitarbeiter. Die müssen ja auch irgendwie wieder sehen, wo sie bleiben, ein halbes Jahr. Also, und wir sind alle Schwimmer. Wir gehen hier schon regelmäßig her, seit zig Jahren und wir hätten gerne, dass das Winterfreibad mit irgendeinem Kompromiss, dass vielleicht nur das Schwimmerbecken geöffnet wird und das Planschbecken, was extrem heiß ist, vielleicht einfach geschlossen bleibt. Aber das macht nichts. Ich denke auch, man sollte es eigentlich offen halten, weil das ist für die Bürger da und die Bürger zahlen das ja alles. Richtig, genau. Und der Tipp ist jetzt, jetzt schauen wir da runter, man sollte an die? SWM, an die Privatkundenservice. Privatkundenservice, also wer auch nicht damit einverstanden ist, kann ruhig mal seine Meinung kundtun. Vielleicht kann man noch was ändern, weil ich denke, je mehr Leute da sich melden, umso mehr sind sie am überlegen, ob sie noch was machen. Viel hilfiger. Viel hilfiger. Alles klar, dann vielen Dank und ich gehe jetzt zum Schwimmen rein. Servus. Servus. Ja, wo kommen Sie hier? Waren Sie am Eisbach? Ja, es fühlt sich fast so an, hier aus dem großen Schwimmbecken. Ach, ich wusste gar nicht, dass sowas geht und dann haben Sie sozusagen nicht gefroren. Ne, so ist es wunderbar. Ist das ein dicker oder ein kleiner Anzug? Das ist jetzt ein dickerer Anzug, ein Surfanzug. Das wäre natürlich ein Gag, wenn man das vorne am Schalter auch ausleihen könnte, weil es gibt ja doch viele, die bei diesen 20 Grad nicht mehr schwimmen wollen. Ja, das wäre gut. Oder es muss ich jetzt eh dann einen neuen Anzug kaufen. Und das wird die Stadt hoffentlich dann zu pensionieren. Ja, und wie finden Sie das, dass Sie hier einfach schließen so und sagen Energieknappheit, obwohl hier das natürlich mit Thermalenergie hier alles versorgt wird? Wie finden Sie das? Ja, das ist richtig bedauerlich sehr. Das ist richtig schlimm. Ich hoffe, dass da nochmal eine neue Entscheidung getroffen wird und das erlaubt wird. Dann vielen Dank. Na, schauen wir jetzt nochmal raus. Ich wollte mich selber gerade schwimmen, habe den Fuß mal reingetan und da muss ich überlegen, ob ich es wirklich riskiere. Vielen Dank. Ja, heute ist der vorletzte Tag. Heute haben wir Sonntag, 15 Uhr circa und ab Montagabends wird angewichtig das Bad komplett geschlossen, weil es zu viel Energie kostet. Was wichtig ist und die Außentemperatur ist 18 Grad. Schauen wir mal, ob das Wasser kälter ist wie diese 18 Grad Außentemperatur. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020